Tabak, Zigarettenpapier und ein Filter aus Halbkarton. Der Ambilette eignen sich sehr gut. Den Tabak mischt man mit dem Hanf, mit dem trockneten Gebüsch des Hanfes. Und jetzt kommt die Kunst, die Mischung in ein Papier einzurollen. Das muss man etwas üben. Das hat einen meditativen Aspekt. Und der kritische Moment ist dann, wo man es zusammenklebt. Dort kann es am meisten Apfer heilen. Es gibt jetzt die neue Methode. Für die Dubbeln wie wir ist es etwas einfacher. Hier gibt es die Schachtel. Dann taucht man diese so rein. Und dann füllt man das Material hier oben rein. Dann kann man das schütteln. Das müsste hier bis ganz runter gehen. Und dann macht man das viermal. Dann taucht man es zu. Und dann nimmt man es rein und geht Snowboarden. Dann kommt man es zu.